Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel vom Ostfrankenreich zum Heiligen Römischen Reich im Zusammenhang mit dem Thema Mittelalter. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspielen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Vom Ostfrankenreich zum Heiligen Römischen Reich. Das Frankenreich wurde nach dem Tod Karl des Großen unter seinen Nachfolger mehrmals geteilt. Im 9. Jahrhundert entstand schließlich ein Westfrankenreich und ein Ostfrankenreich. Die Anführer beider Reiche versuchten mit der Zeit auf Kosten benachbarter Reiche ihre eigenen Gebiete zu erweitern bzw. sich gegen eindringende Feinde zu verteidigen. Im 10. Jahrhundert kam es immer wieder zu kriegerischen Einfällen der Ungarn nach Mitteleuropa und damit auch in das Gebiet des heutigen Österreich, welches damals zum Ostfränkischen Reich gehörte. Die Ungarn ermordeten dabei zahlreiche Menschen und verursachten große Schäden. 955 konnte der ostfränkische König Otto I. mit seiner Armee die Ungarn in der Schlacht auf dem Lechfeld bei Augsburg im heutigen Bayern besiegen. Durch diesen Sieg wurde Otto zu einem der mächtigsten Herrscher seiner Zeit. Da der nun mächtige Otto I. für sich und seine Nachfolger versprach, die katholische Kirche und den Kirchenstaat zu unterstützen und zu verteidigen, krönte ihn der Papst zum Kaiser. Damit wurde das ostfränkische Reich zum Heiligen Römischen Reich und Otto I. wurde wie ca. 150 Jahre vorher schon Karl der Große im Jahr 800 zu dessen Kaiser. Aus dem westfränkischen Reich entstand nach Jahrhunderten das heutige Frankreich und wurde damit ein Nachfolgerstaat des Westfrankenreichs. Und den östlichen Teilen, unter anderem der spätere Deutschland, Österreich und die Beneluxländer, also Belgien, Niederlande und Luxemburg, wurden Nachfolgerstaaten des Ostfrankenreichs. Das Ostfränkische Reich wurde ab dem 11. Jahrhundert auch Königreich der Deutschen genannt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema die Badenberger in Österreich. Vielen Dank.